Ich stehe hier als Vertreter jener Einrichtung, die für viele von Ihnen mit schlimmsten Erinnerungen verbunden ist. Ich bin in einer Volksschule aufgewachsen und dann ein Gymnasium, in dem die schwarze Pädagogik selbstverständlich war. Das war in den Nachkriegsjahren, in den 50er Jahren. Es wurde sehr viel geprügelt, auch in der öffentlichen Schule. Aber das, was Sie erlebt haben, das konnte ich mir nicht vorstellen. Und das, was in kirchlichen Einrichtungen geschehen ist, das, was Priester Menschen, Jugendlichen angetan haben, das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich habe es als auch Nonnen. Auch Nonnen. Ich habe zum ersten Mal laut und deutlich von kirchlichem Missbrauch die Rede wahr. Ich gestehe es, ich habe das als böse Erfindung der Medien empfunden. Bis ich sehr bald gemerkt habe, erfahren habe, durch Gespräche, durch Begegnungen, in den letzten Jahren. Es ist bittere Wahrheit. Und es hat mich und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Überzeugung gebracht, nur eines hilft. Die Wahrheit. Die Wahrheit wird euch freimachen, hat Jesus gesagt. Auch wenn es sich schwerfällt, hinzuschauen. Wir haben in der Kirche, wie auch im Staat, zu lange weggeschaut. Wir haben vertuscht. Wir haben, wenn Missbrauch bekannt geworden ist, Leute versetzt und nicht abgesetzt. Für diese Schuld der Kirche stehe ich heute vor Ihnen und sage, ich bitte um Vergebung. Die Wahrheit macht frei. Nur die Wahrheit. Und sie ermöglicht es, nach vorne zu schauen. Sie ermöglicht es, die Vergangenheit ehrlich anzuschauen und dann Schritte zu setzen, in eine bessere Zukunft. Deshalb danke ich der Frau Präsidentin des Nationalrates für die mutige Gäste dieses Staatsachtes. Wir können Verantwortung nur gemeinsam übernehmen. Und es ist ein starkes Zeichen, dass die höchsten Repräsentanten des Staates sich zu der Schuld, die an ihnen und an vielen anderen geschehen ist, bekennen. Und ich stehe nicht an, dass die Kirche hier ihr Versagen genauso einbekennen muss. Ich bin überzeugt, dass das, was heute hier geschieht, ein Signal ist, dass solches Schlimmes, Schreckliches, was wir nur in kleinen Auszügen heute gehört haben, der Vergangenheit angehört. Ich habe vor diesem Staatsakt mit einem Opfer kirchlichen Missbrauches, schweren kirchlichen Missbrauches gesprochen. Und ich habe sie gefragt, was wäre deine Botschaft heute an die Menschen, die hier versammelt sind. Und sie, die sehr viel mitgemacht hat, hat mir gesagt, ich traue es nicht, von mir aus zu sagen, ich sage es als eine Botschaft von ihr. Man kann uns alles nehmen, aber unsere Würde kann uns niemand nehmen. Ich gebe Ihnen dieses Wort weiter, das mir heute gesagt worden ist. Und ich glaube, dass dieser Staatsakt genau das sagen will, Ihnen allen. Es ist Ihnen viel an menschlicher Würde genommen worden. Aber letztlich kann niemand Ihnen Ihre persönliche Würde nehmen. Das will heute dieser Staatsakt bekunden. Und in diesem Sinne verbeuge ich mich vor Ihnen und vor dem, was Sie gelitten haben. Die Kirche und der Staat habe vertuscht, Leute versetzt und nicht abgesetzt. Er, Christoph Schönborn, bitte um Vergebung, sagt der Wiener Erzbischof in Richtung der Betreffenden. Vielen Dank. Vielen Dank.